Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir schauen in eine neue Folge, in eine neue Folge, nicht in die neue Folge, weil wir ein bisschen hinterherhängen, Freunde, es tut mir leid. Wir schauen aber in eine neue Folge von Krass, lass es was rein. Folge 8, er hat was mit der Lehrerin. Joel, Alter, Joel. Wir werden sehen, Freunde, aktuell, ja, wünsche ich euch erst einmal, äh, schöne Ferien, wenn man das so nennen kann. Viel Sicherheit, Freunde, falls ihr, ihr habt jetzt ja natürlich massig Zeit, hey, ihr habt massig Zeit, was solltet ihr mit der ganzen Zeit machen? Schaut euch gerne ein paar ältere Videos von mir, ein paar Playlisten, Freunde, ich werde hier oben noch mal die Krass-Klassenfahrt-Playlisten reinpacken. Alle Folgen könnt ihr da schauen, wenn ihr wollt, Leute. Aber ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal rein. Wir haben noch den Kurzclip, Schüler und Lehrerinnen verbringen gemeinsam die Nacht. Leute, seid ganz ehrlich, an die männlichen Zuschauer, jedem, jedem fällt jetzt eine Lehrerin ein, egal aus welcher Schulzeit, so, aber jedem fällt mindestens eine Lehrerin ein, wo man denken würde, oh, oh. Wer, 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 ich würde mich nicht beschweren, würde ich jetzt mit ihr in deinem Bett schlafen müssen. Natürlich gibt es jetzt nicht immer die heißesten Feger, aber wenn man mal, man hat einen im Kopf, wo man denken würde, wenn, dann, da. Und natürlich bei den Weiblichen genauso. Ihr, ihr kennt genauso. Ich, ich, ich hatte auch viele gut aussehener Lehrer, muss ich sagen. Da habe ich mir auch überlegt, okay, mit dem. Ja. Wir schauen rein. Leute, Leute, dass es noch einmal hier muss, also. Ach, da war es falsch. Ich liebe dich. Oh, Leute, das es, eskaliert sie gerade quickly. Oh, Stonks, dude. Stonks. Stonks. Der Clip hat sich gelohnt Das war ein 10 aus 10 Clip, Alter Holy fuck, okay, let's go Wir gehen rein, er hat uns mit der Lernerin Folge 8 Jetzt bin ich wirklich gespannt, was sich daraus entwickelt, Alter Ach Leute, ich fände es ein bisschen cool, wenn wir schauen rein Wir schauen einfach rein Ich möchte gar nicht, wir schauen einfach rein, Leute Ich hab Bock Könntest du machen, dass die Geister wieder weggehen? Das war einfach ein Arschloch-Move Freunde, ihr habt reingeschrieben Die meisten von euch glauben nicht direkt an Geister Sondern an irgendwas ähnliches So wie ich auch an so eine kleine Energiekugel oder irgendwas Die kleine Energiekugel, die irgendwas Beziehung geht zum Vertrauen Was sollte das? Du willst jetzt anscheinend schon auf was Bestimmtes hinaus Also das sind ja sehr offensichtliche Anspielungen, oder? Meine Eltern haben meine gefährliche Chemie-Biowaffe gestohlen Ist das nicht ein Knaller, McLarry? Leute, da bin ich gespannt, Alter Ich liebe das Info einfach Die Folge wird gut, ich spüre es Die Folge wird gut Ich spüre es Ich spüre es Ich spüre es Ich spüre es, Freunde Dieses Entenbild spüre ich auch Oh Gott Oh Leute, die sind ja richtig verkuddelt und verwaddelt Lager nicht noch auf der anderen Seite Ist egal Leute Ist egal Äh, jetzt wird es unangenehm Uch Ey, was machst du hier? Geh raus! Oh Gott Ey Hey Hallo Oh Gott, ich habe keine Ahnung Schau mir dein Frakansfleisch Geh raus, Mann Ich habe keine Ahnung, wie ich gestern Ich Ich Frohe Weihnachten Na, kommt hin Ein bisschen hat sie aber gefallen Sie hat sich schon ein bisschen rangekuschelt Einfach keine Ahnung, wie ich da gelandet bin Ey, ich hätte mich auch noch nicht rangekuschelt Könnt ihr mir vielleicht mal die Aufnahmen zeigen? Habe ich irgendwas Peinliches gemacht? Nein Ne Also nichts Peinliches? Ne Wir können es dir jetzt halt nicht zeigen Ich hätte genauso reagiert bei dir, Joel Ich hätte mich auch nicht rangekuschelt Mit meiner kleinen Kuschelbär Ja Ach, das war wirklich die Weihnachtszeit, oder? Das war, oh, ich dachte gerade, das war ein schlechter Joke mit froher Weihnachten Aber es wurde ja wirklich zur Weihnachtszeit hochgeladen damals Huch Komm ich hier, komm wieder in die Winterstimmung hier, Freunde Kommen die langsam die Wintergefühle hoch? Leute, kommt hier runter Ich habe schon ein paar Wintergefühle hier, muss ich sagen Wenn ich das hier so sehe Da komme ich schon los auf so einen kleinen Apfel Na Frohe Weihnachten Lecker Richtig weirde Stimmung Na, wie ist hier? Gut Oh nein Es ist nichts Es ist Weihnachten Natürlich Es ist nichts Und Freunde, an Weihnachten sind Drogen erlaubt Das wissen alle Santa Claus hat gesagt An Weihnachten sind Drogen erlaubt Mit Spaß und Oh shit Oh Gott, was ist mit dir? Oh, sowas finde ich wirklich eklig Kann ich nicht sehen Oh mein Gott Sowas ist eklig Ich kann das nicht machen Leute, ich kann es nicht sehen Wenn irgendwelche Flüssigkeiten aus deinem Mund rauskommen Bitte zeig es mir nicht Egal was Egal welche Flüssigkeiten es sind Ich möchte es nicht sehen Ähm Äh Scheiße, ich brauche Hilfe Hilfe Ich muss Hilfe holen Oh Gott Lass ihn einfach alleine da liegen Das ist immer eine gute Äh, gute Entscheidung Oh Leute Behaltet eure Flüssigkeit in eurem Mund bitte Äh Okay, hier sind alle Flüssigkeiten noch da Wo sie ihn gehören Das ist gut Guten Morgen, Jojo Frohe Weihnachten Ich habe ein Geschenk für dich Wo ist mein Geschenk? Ja Brokkansfleisch Wie cool Wir haben so gut miteinander angefangen Guten Morgen Guten Morgen Was ist das? Das sind die Umbrella Vitamins von Shape World Die Umbrella Vitamins, Freunde Von Shape World Jetzt zuschlagen 10% Rabatt mit dem Code Flodaflo Leider nicht Weil du doch in letzter Zeit so ein bisschen neben dir standest Und einfach nur um dein Immunsystem zu stärken Und dass du dich ein bisschen fitter fühlst Warte mal, warte mal, das ist äh Shape World Shape World Ich habe da so ein paar YouTube-Videos drüber gesehen Das ist doch diese Firma, die dir alle zum Abnehmen bringen will So Mangelernährung und sowas Ja, das sind typisch die Leute, die sich nicht richtig informieren Also Shape World steht eigentlich für the best version of you Nele zum Beispiel habe ich ja auch die Gym Collection geschenkt Okay Weil die Gewicht zunehmen will Die will Muskeln aufbauen Soll ich da? Und ähm, ja, du kannst dich da einfach gesund ernähren Und die beraten dich da dabei Wow Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 Ey Leute, ich habe wirklich Ich möchte irgendwann mal so ein Blutbild machen Ein großes Ich habe so Angst Also nicht Angst, aber Ich habe, ich esse keine Vitamine Ich esse kein Obst Ich esse kein Gemüse Ich esse nur Scheiße Trink nur Scheiße Ich glaube Und ich gehe nicht raus Ich habe echt Mangel an allem, glaube ich Ich habe Mangel an allem Das ist ja mega Das ist wie ein Zaubertrank MacLarry Ich glaube, ich kann dich mit einer Hand hochheben Okay, das probieren wir Das probieren wir Bereit? Ja Okay Jojo Was? Du kannst es ja echt Was? Wow Ich habe so viel Energie Scheint ihm zu schmecken Frau Kapschusch, ich muss kurz mit dir reden Ja? Jojo hat mir gestern Abend erzählt, dass er sich an Details Über den Raubüberfall seiner Eltern erinnern kann Leute Ich glaube, darüber sollten wir sprechen Whitamine Shots und eine Gym Collection Ich wusste gar nicht, dass Shapeworld sowas macht, aber hört sich gut an Ja, Shapeworld, Einkaufen collect Ich hoffe, sie ist nicht noch sauer wegen der Aktion mit Heidi Okay Leute, da ist es gerade echt gute Storys wieder am Start, es ist gute Storys am Start Also wir sitzen jetzt, um gegenseitig unsere Körper zu bewerten Ja, genau Wollen wir nicht erstmal was frühstücken gehen? Nein Nein, sag mal, sag mal jetzt ganz ehrlich Okay Nehmen wir an, ich würde eine Schönheitsoperation machen Ja, ja Was würdest du an meiner Stelle als allererstes operieren? Schwierig Eigentlich nichts Ich bin jetzt, real talk, ich bin kein Fan von Schönheitsoperationen Wenn andere irgendwie sagen, verändere dich so oder das gefällt mir nicht an dir Wenn man sich für sich selbst macht, okay, ja, das ist cool Aber so, weiß nicht Gut, also wenn du so fragst, ein bisschen Botox in den Lippen wäre nicht schlecht Dann Brüste ein bisschen höher Vielleicht hier an der Seite ein bisschen Fett weg Fett weg? Mit den Oberschengeln könnte man bestimmt auch noch was machen Ein bisschen was? Obwohl, wir haben ja heute Weihnachten Da spendiere ich dir gleich nochmal 10 OPs obendrauf Ja, Julian weiß auf jeden Fall, wie man mit Frauen sprechen muss Auf jeden Fall Ehre man an dieser Stelle Kuss geht raus, mein Bruder Der hat's verstanden, das Leben durchgespielt Obwohl, mir Spaß Pass auf, das Wichtigste ist im Leben, dass man mit sich selber zufrieden ist Und du hast überhaupt nicht nötig, irgendwelche Schönheits-OPs zu machen Das ist völliger Quatsch Ich finde, du bist schön, so wie du bist Und, ähm, mehr zählt nicht Essen, Süßer Ja, das war ganz süß Gut, ähm Wir haben zwar Heiligabend, aber Ist trotzdem ein ganz normaler Arbeitstag für mich Ich muss jetzt in mein Drogenlabor Ganz normaler Arbeitstag Ja, für mich gerade auch, Freunde Das ist meine Arbeit gerade Holy fuck Willkommen Willkommen beim Leben, Alter Also ohne Spaß, das Schlimmste im Leben Sind wirklich Mädchen, die mit sich selber nicht zufrieden sind Ich hätte niemals gedacht, dass Carina solche Selbstbewusstseinsschwächen hat Ich meine, gut, man kann es auch so sehen Ein bisschen von meiner Partydroge Und dann wird das Ganze schon Ich bin echt froh, dass Fly da mein erster guter Kunde ist Und, äh, ich freue mich auch heute Nacht Auf meine erste große XXL-Online-Drogenbestellung Also ich muss mich jetzt ranhalten Ein paar Drogen zusammen kreieren Let's go Und mich dann heute Nacht aus dem Haus schleichen Dass keiner mitbekommt Und dann wird morgen ein geiler Tag Let's go Let's go Der Hustle ist real, Freunde, ja? Ihr wisst Bescheid Ich möchte wissen, wie es bei Joel und Frau Kalbsfleisch weitergeht, Leute Zeigt mir nicht so eine Tanne Morgen Morgen Ah, versuchst du noch ein paar Kilos loszuhören? Dein Ernst jetzt? Ich will einmal Sport machen und dann kommst du mit so einer Laune? Hab ich eigentlich keinen Bock drauf Nee, ich hab keinen Bock auf Nele, ganz ehrlich Nee, ich mag Nele nicht Ich hab's gesagt, Freunde Ich hab's gesagt Ich hab, nee Ich hab'n Groll Ein Groll Ich glaub, ich bin nur neidisch Weil du dein Sportding gerade durchziehst Nee, ehrlich Ich mein's ernst Also ich find's krass Vor allem, wo ich das gerade sehe Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch Es gibt ja auch diese Es gab ja schon diese Diese, diese Diese Hey Dwelle Was diese Shale Boy Produkte angeht auf YouTube Hey Dwelle Aber ich hab mich informiert Und ich glaube, es ist wichtig Dass du vor allem Dich normal weiter ernährst Und so ein Proteindrink Nur als zusätzliches Produkt zu dir nimmst Also als zusätzliche Eiweißquelle Ist gut, wenn du viel Sport machst Aber du musst dich normal weiter ernähren Ja, klar Ja, ich meine nur Das ist nicht offensichtlich so Also Oder wenn du es gerade versteckst Versteckte Werbung wieder Ich sag, okay Das ist jetzt irgendwie Ich seh das doch, Leute Ich spür das doch Die einzige Malte am Tag Sondern dass du einfach normal weiter isst Ich glaub, dann kann das was werden Das ist cool Meinst du, ich will noch dünner werden? Nein, nein, ich versteh's ja Ich versteh's ja Also Keine Abnehmen Das ist richtig so Ich glaub, ich hab Bock, dich zu unterstützen Ja? Wenn es irgendwas gibt, was ich... Ich kann ja mitmachen Ich kann ja auch Ähm Was machst du gerade? Ich wollte mich eigentlich dehnen kurz Und dann richtig einzufangen Ja? Lass uns zusammen machen, okay? Okay Okay? Ähm Soll ich jetzt auch mitmachen, Freunde? Okay, warte Ich däme mich mit, okay? Wenn ihr... Jetzt zeigt mir Joel Nee, das ist auch nicht Joel Ich meine, what the fuck Was denkt sie sich, dass sie sich so an... Hä? Leute Die Hand? Schon gut schon Schon gut, Leute, belastet Sieht Meinst du Julia? Ja, mit ihrem Nonnenzeug und kein Sex mehr Sie übertreibt komplett Bisschen übertrieben Viel zu übertrieben Sie will nie wieder Sex haben Ja, aber sie bereut halt, was sie getan hat Ja Ich meine, du weißt halt noch nicht, wie gut Sex ist Aber nie wieder Sex Eigentlich Leute Hey, hey, ganz ruhig Ruhe Ruhe im Saal Heute ist das Fest der Liebe Wir könnten an Weihnachten unser erstes Mal haben Maria und Josef Ich hab keine Ahnung, ob es irgendwelche Regeln fürs erste Mal gibt Ich wollte mir eigentlich immer Zeit lassen Und das habe ich mit Stanley ja gemacht Und mal ganz ehrlich Welcher Tag ist besser als Weihnachten Das Fest der Liebe zum ersten Mal haben Nur wenn man sich ready fühlt Macht es nur, wenn ihr euch ready fühlt Wenn ihr sagt Ich bin ready Dann seid ihr ready Ach Leute, ich will endlich Frau Kalbsfleisch und fucking Joel ist die Was geht denn da ab jetzt? Hey Carina Hey Mega cool Du kommst perfekt zu meiner neuen Bibelstunde Leute, ich freue mich auf die Bibelstunde Hey Ich kann dir gerne was vorlesen Okay, gerne Kapitel 3 Kann ich dir erstmal noch was anderes erzählen? Nee Ja Ich sollte mich dann mit Julian treffen Und ich hab das ja auch aus Spaß so gemacht Okay Das Problem ist Ich also Ich finde ihn jetzt eigentlich doch ein bisschen süß Und ich wollte dich fragen, ob es für dich ein Problem ist, wenn ich mich vielleicht wirklich mit ihm date Eigentlich nicht Eigentlich nicht Eigentlich nicht heißt eigentlich ja Eigentlich nicht heißt eigentlich ja Hey, wein doch nicht meine Oresta Ehrlich gesagt kann ich mir keine andere an seiner Seite vorstellen Und das, was ich getan habe, war das Schlimmste, was ich jemals hätte machen können Das war Ich habe alles ruiniert Und eigentlich hat er es echt so verdient, glücklich zu sein Aber Hey Ich kann das einfach nicht Wirklich Ich kann mich selber noch nicht mal im Spiegel anschauen Ja, das kann ich verstehen So wie du gerade aussiehst Ist vielleicht auch nicht die beste Option Ich kann mich auch nicht im Spiegel anschauen Ich ertrag das nicht Ja, das kann ich aber auch verstehen So wie du aussiehst, Freunde Nicht jeder kann so wunderschön aussehen wie ich Wow, hello, Leute Oder so wie ihr Hallöchen, Leute Hey Ich habe letztens übrigens gesehen, dass du den Finger in den Hals gesteckt hast Das ist echt nicht gut Macht sowas nicht Pass auf Wir beide halten einfach zusammen in allem, was wir machen, okay? Okay Wir haben wenigstens Let's go Okay, aber nichts kommt dazwischen, ja Hm? Fra-fra-fraun-power Frauen-power So, wenn jetzt Ja, wer hat sie Jetzt muss Frau Kalbsflaschen-Gell noch kommen Jetzt müssen sie noch kommen Bitte Ja, ja Ja Okay, ich bin gespannt, Leute Ich bin gespannt, bitte Ich möchte doch nur, dass da Ein bisschen was passiert im Geheimnisvollen Reich der Liebe Ich bin offen dafür, Frau Dair Hi Hallo Hi Ähm 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 Also Ja Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt nochmal darüber reden und das, was da gestern war, aus der Welt schaffen Ne Wir wollen das wiederholen Auf jeden Fall gebe ich ihn mehrfach Wobei, hat, haben sie da nichts gefühlt? Frau Kalbsflasch, gar nichts Seien Sie ganz ehrlich Hat sie nicht gefallen auch? Es war schön, mit jemandem zu schlafen, oder? Nein, ich muss mich auf die Sicherheit der Klasse konzentrieren Ich habe keine Zeit für sowas Okay Aber Lust Leute, oh Leute, das ist der Kussblick, das ist der Kussblick Das ist der Kussblick, Freunde Das ist der Kussblick Merkt ihn euch, prägt ihn euch ein in eurem Gehirn Das ist der Kussblick Der Kussblick Es kommt zu einem Kuss Zu 100% jetzt, Freunde Das ist der Kussblick Der hat schon alles besiegelt Der Blick hat schon alles besiegelt Der Blick hat schon alles besiegelt, Alter Bam, bam, boom, boom Ja, ich wusste es Oh, 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 Leute Puh, oh Freunde Freunde Puh, oh, okay Wir haben echt viel Nacht zu holen, Alter Oh, jetzt kommt safe jemand rein Jetzt kommt safe jemand rein Reingeplatzt Was? Wo ist der? So, was ein Ende Was ein Ende, Leute Oh, man, oh, man, Alter Leute, ich bin fertig mit den Nerven Das ist eine gute Folge Ich bin wieder hyped, Alter Ich bin hyped Leute, Joel und Frau Kalbsfleisch Da geht noch was, Freunde Wir werden kleine Babys bekommen Wir werden kleine Schüler-Lehrer-Babys bekommen Ich seh sie schon, Alter Ich seh sie schon Der eine heißt Jakob Der ist schon auf meiner Hand hier Ey, was auch krass wäre Wenn irgendjemand stirbt an dieser Droge Wenn irgendjemand wirklich mal stirbt Und wirklich mal weg ist Und out Und tüdelü Tschüss Wäre interesting Wir werden sehen, Freunde Wir werden sehen Aber es ist auf jeden Fall wieder nice, Alter Die Serie hält sich Die Serie hält sich Es macht Spaß Und es freut mich, dass ihr mit eurem Start seid, Freunde Ja Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Da, falls ihr natürlich, ja Die restlichen Folgen verpasst haben solltet Oben im E-Sty Playlist Da könnt ihr nochmal alles nachholen Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag Bleibt natürlich fresh So wie immer, meine lieben Freunde Und Ciao